T-Bug, so nennt sich die Posterin der Geschichte, wollte an einem Montag zurück in die Hotelzimmer zusammen mit einer Freundin namens Rebecca gehen. Sie gingen zu ihren Räumen, nur war im Raum von T-Bug jemand gewesen, nämlich eine Frau, im Badesimmer um genauer zu sein. Und sie dachte sich, dass es die Putzfrau sein würde, nur hat die Person nicht geantwortet, die sich gerade in dem Raum befunden hat. Und ihre Sachen, also ihr Rucksack, Klamotten und so weiter, waren in der Hand von dieser Person gewesen. Sie kann sich nicht mehr genau an alles exakt erinnern, was gesagt wurde, aber die Frau meinte nur, nachdem sie sie gefragt hat, was sie denn mit ihren Sachen macht. Da meinte die Frau, die in dem Raum stand nur, dass ihr Schlüssel für das Zimmer noch funktionieren würde. Und das hat sie wohl mehrere Male vor sich hin gemurmet. Sie fing dann an, die Sachen von T-Bug fallen zu lassen, nur hatte sie eine weiße Tüte in der Hand gehabt. T-Bug fragte, was denn in der Tüte sei, und sie meinte, es seien nur ihre eigenen Sachen. Sie sah rein, und das stimmte auch anscheinend. Also ließ sie sie gehen. Sie schaute sich, nachdem sie weg war, die Wohnung genauer an, und dass sie durchwürt war, erklärt sich eigentlich von selber. Im Badezimmer lagen unter anderem ihr Bikini, ihre Unterwäsche und so weiter. Nur waren diese in ihren eigenen Taschen oder Tüten gestopft worden. Warum auch immer, sogar ihr Pass wurde da einfach reingestopft. Auch ihre Medikamente, die sie nehmen muss, da war die Frau anscheinend auch dran gewesen. Nachdem sie das Ganze so realisierte, wollte sie sie nochmal schnell finden, nachdem sie sie gehen lassen hat. Nur war keine Spur von der Frau mehr zu finden. Dann gingen sie und ihre Freundin in die Lobby und riefen die Polizei. Die Polizei kam dann auch, nahm deren Aussagen auf und sah sich den Raum genauer an. Und da sie ja sagte, sie habe einen Schlüssel, der noch funktionieren würde, hakten sie beim Hotel nach. Nur meinten diese, dass das eigentlich nicht möglich sei, dass sie sowas haben kann. Nur konnte die Polizei ja nicht wirklich mehr machen und deswegen gingen diese wieder, nachdem sie sich ein wenig umgeschaut hatten. Nur ist T-Bug aufgefallen, wo die Polizisten noch da waren, dass ein wenig Putz oder Stücke von der Wand im Waschbecken liegen. Was für sie keinen Sinn gemacht hat. Bis jetzt ist es eine weirde Story und nichts, wo man sagen würde, es sei verstörend. Nur kommt jetzt der Part, der die Story besonders macht. Denn es hat bei ihr Klick gemacht. Sie und ihre Freundin nahmen den Spiegel, der an der Wand hang, von der Wand. Und dort befand sich ein recht großes Loch. Eins und eins zusammengezählt, gingen sie schnell nach unten und sagten der Polizei Bescheid. Und die schauten sich das an. Und in diesem Durchgang, sag ich mal, befand sich ein Kissen, Zigaretten, eine Zahnbürste und weiteres. Also hat diese Frau einfach in der Wand gelebt. Und das die ganze Zeit. Also hatte sie die ganze Zeit ununterbrochen Zugang zu ihr. Konnte ihr was weiß ich was antun oder auch nicht, je nach Lust und Laune. Und sie war nicht die Einzige, zu der die Frau einen Zugang hatte. Sondern auch in anderen Räumen. Und die Löcher in der Wand waren auch nur da, weil das Hotel einfach so faul war oder so geistig war, die sie wieder zumachen zu lassen. Und dachten sich, wir übertünchen die einfach mit Spiegeln. Auf jeden Fall hat sie natürlich die Biegel gemacht. Aus dem Zimmer und auch aus dem Hotel. Und wie gesagt, der Fakt, dass jemand sie beklauen würde, wird heutzutage eher als Kleinigkeit abgestempelt oder gesehen. Nur, dass jemand erstmal einen Meter neben dir in der Wand lebt. Und alles mit dir machen könnte, während du schläfst. Sei es töten, andere schlimme Sachen oder auch nur beklauen. Ist schon verstörend. Vor knapp zwei Jahren hat ein Kerl namens Karexis ein Video auf Reddit gepostet, wo man etwas Paranormales oder Übernatürliches sehen soll. Hier könnt ihr mal reinschauen. Well, estoy nuevamente aquí, en la puerta del baño. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás acá? ¿Estás jugando con la llave? Ah. Necesito otra prueba. Necesito otra prueba. Ay, marica. Ay, marica. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen, im Video die meisten Sachen, die wichtig sind, irgendwie zu übersetzen. Aber er sagte auf jeden Fall unter anderem, beziehungsweise fragte dieses Etwas, sage ich mal, ob es mit dem Waschbecken spielt und ob irgendjemand oder irgendetwas anwesend sei. Nachdem dort aber nichts weiteres außer das übliche Romantieren am Wasserhahn kam, hat der Kerl dann noch gefragt, beziehungsweise er gesagt, dass er einen anderen Beweis bräuchte, dass dort etwas sei. Und dann knallte eben die Tür zu, was ihr sehen konntet. Woher das Video exakt ist und wie alt es wirklich ist, ist schwer zu sagen. Und vor allem, ob es denn wirklich stimmt, das ist immer so eine Sache. Es sieht sehr realistisch aus, aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber was man nicht verneinen kann, wenn man alleine an seiner Stelle gewesen wäre, wäre es schon etwas creepy gewesen. Falls euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like und einen Sub, um mich weiterhin zu unterstützen. Vor ein paar Tagen haben wir dir 2000 Abonnenten geknackt, deswegen vielen Dank dafür. Lasst doch gerne einen Kommentar da und folgt mir auf Instagram. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, vielen Dank und weiter mit dem Video. Ein 18-jähriger Kerl, dessen Name leider nicht bekannt ist, war im Fitnessstudio gewesen. Und das war vor einigen Wochen gewesen. Es war etwas später, da er noch arbeiten musste. Und nachdem er mit seinem Training anfing, kam auf einmal ein kleiner, wahrscheinlich spanischer Kerl ihm entgegen und fragte ihn, was er noch so vorhat. Was er schon etwas komisch fand, hätte ich auch um dieser späten Zeit. Nur hat er so getan, als würde er ihn nicht hören können durch seine Kopfhörer. Aber der Kerl blieb noch etwas hartnäckig und fragte noch ein paar Mal nach, bis er die Biege machte. Nachdem er fertig mit dem Workout war, ging er in die Umkleidekabine und da saß der kleine Typ auch wieder und starrte ihn nur komisch an. Und egal, was er machte, der Kerl glotzte ihn die ganze Zeit an und verfolgte ihn gefühlt mit jeder Bewegung, die er machte. Er verließ das Gym und der Typ folgte ihm wieder und fragte ihn wieder, was er noch so vorhat und was sein Name ist. Nur hatte er diesmal keine Kopfhörer auf und konnte es damit nicht mehr überspielen. Deswegen sagte er nur, er habe kein Interesse, ging zu seinem Auto und fuhr nach Hause. Eine Woche später war er wieder im Gym und das wieder etwas später, weil er arbeiten musste. Nur war diesmal eigentlich alles so weit anfangs normal gewesen, bis ihm wieder dieser kleine Kerl auffiel, der ihn anglotzte. Aber er ignorierte ihn wieder, aber egal an welche Maschine er gehen würde, der Kerl folgte ihm und beobachtete ihn einfach. Da er einige Freunde im Studio traf, blieb er eine Weile bei denen, in der Hoffnung, dass der Kerl dann die Biege macht. Und das machte er auch eine Weile später. Dann dachte der Poster, der Story, dass es, ich sag mal, sicher wäre und er weg ist. Er war wieder fertig mit seiner Session gewesen, ging zu seiner Karre und es hang eine Rose am Auto. Nur war das erst der Anfang. Denn ein paar Tage später hatte er ein normales Workout gehabt und sah den Typen auch nicht, bis er zu seinem Auto ging. Denn der hat direkt neben ihm geparkt und der stand vor seinem Auto und er glotzte ihn wieder nur die ganze Zeit an. Er hat mit Arbeitern aus dem Studio geredet, also aus dem Gym. Und die meinten nur, der sei nicht von der Gegend und wolle nur nett sein. Naja, mega nett, jemanden gefühlt zu stalken und wirklich nur auf die Pelle zu rücken. Auf jeden Fall kommt dann der Höhepunkt der Story, denn er ging wieder ins Gym. Nur war diesmal wieder eine Rose an seiner Scheibe vom Auto. Und diesmal auch ein Handy am Griff seines Autos gewickelt, wie ihr gerade sehen könnt. Und vor kurzem hat derselbe Typ ihn auch auf Snapchat geaddet. Der Typ kann sich aber nicht erklären, woher der Typ seinen Namen hat, um ihn auf Snapchat zu finden, geschweige woher er weiß, wie er genau auf Snapchat heißt. Hierzu gibt es eigentlich gar keine Infos, um ehrlich zu sein. Es ist eine Aufnahme einer Doorbell-Kamera, die könnt ihr euch kurz mal anschauen. Wie gesagt, man weiß hierüber nix. Sei es, wer die Person ist, von wem genau dieses Video kommt, was genau danach passiert ist, nix. Nur dasselbe, was ich auch denke, dass diese Person, die man dort gesehen hat, unter ziemlich starken Substanzen gestanden haben muss. So wie sie sich zumindest verhalten hat. Vielleicht habt ihr irgendeine Ahnung, was da abgeht, woher das Video genau kommt oder sowas. Falls ja, gerne in die Kommentare, aber sonst weiß man da leider gar nix. Und ich stelle mir das gerade als Mädel alleine zu Hause ziemlich creepy vor, wenn der versucht, in eure Wohnung zu kommen. Vor einigen Tagen ging ein Video auf Reddit ziemlich viral, könnte man sagen. Und das relativ ohne Kontext. Man sieht dort nur einen jungen Kerl, der in einer Höhle, in einer, um genauer zu sein, ziemlich eng Passage in der Höhle, die ihr untersuchen wollt, feststeckt. Und nur schwer rauskommt. Hier könnt ihr kurz mal selber reinschauen. Die meisten gingen natürlich davon aus, dass ihm soweit nichts passiert ist und er überlebt hat, weil das Videomaterial, was ihr sehen konntet, wahrscheinlich sonst nicht veröffentlicht werden würde. Nur hatte kaum einer eine Ahnung, woher das Video stammt. Und es ist tatsächlich von einem YouTube-Kanal namens Action-Adventure-Twins. Das Video ist auch etwas älter und zwar wurde es von neun Monaten hochgeladen. Und das, was ihr sehen konntet und was, ich sag mal, viral ging auf Reddit, ist nur ein ganz kleiner Part von diesem ganzen Video. Denn das originale Video geht knapp 22 Minuten. Und auf dem Kanal sieht man eben genau das, was ihr gerade gesehen habt. Sie begeben sich in Höhen und den Rest kann man sich eigentlich denken. Warum es was störend ist, kann man sich eigentlich, denke ich, vorstellen. Vor allem für Menschen mit Klaustrophobie. Oder wenn man bedenkt, dass er zu dem Zeitpunkt an dieser Stelle keine Hilfe hatte oder sonst was. Würde er da wirklich stecken bleiben? Kann man ihm nicht mehr helfen? Und er würde vielleicht sogar sterben? Und das ist keine Seltenheit, dass in solchen Situationen schon ein paar Mal das eben genau so gelaufen ist. Dass man jemandem nicht mehr helfen konnte, da er es zu sehr feststeckte und man ihn sterben lassen musste, weil man ihn nicht mehr rausbekam. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen hoch da und einen Zap, um mich weiterhin zu unterstützen. Vor einigen Tagen wurden ja die 2000 geknackt, deswegen vielen Dank dafür. Videovorschläge gerne in die Kommentare und folgt mir auch gerne auf Instagram. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.